Was braucht ihr euch zu zanken? Ihr weichet dofeinander nicht nach meinen wenigen Gedanken. So wähle sich ein jeder einen Mann, der zwischen euch das Urteil spricht. Lass sein, wer fällt euch ein? Der Tuls soll mein Richter sein und wie das sei auf meiner Seite. So tretet ihr, ihr lieben Leute, hört alles fleißig an und merktet, wer das Beste kann.